Ist das wichtig, am Arbeitsplatz eine gesunde Ernährung? Ja, ich esse jeden Tag Bananen und Töpfel im Büro. Das ist ja perfekt. Das ist genau, was da drin ist. Es gibt ja die Entschleischung. Ah, Früchte-Box-Express. Ohlala! Früchte sind immer gut, ein paar Vitamine. Dann ist das gerade ein super Service, oder? Warum nicht? Ja. Ja, das wäre eigentlich noch schön. Als heimische Landwirtschaft. Also, die Töpfel müssten schon auf dem Turgau sein. Könnt ihr die Idee noch ziehen? Da können sie sicher ziehen, ja. Ich finde es auch noch gut.